heute geht es mal um das thema wie bleibst du bei dir in menschenmassen wie bleibst du bei dir wenn du aus dem haus gehst weil ganz viele klienten fragen mich da immer wieder mein gott wie kann ich da bei mir bleiben oder ist die energie so anstrengend und ist die energie so fordernd was stimmt da nicht mit mir ich werde da immer so nervös wenn ich zu anderen menschen gehe oder wenn ich viele menschenansammlungen habe und ich fühle mich da auch gar nicht wohl und warum ist es denn so fordernd wenn man in menschenmassen ist man muss sich das mal vorstellen ganz einfach stell dir vor wie gehst du aus deinem haus raus wenn du jetzt einkaufen gehst hast du schon im kopf das muss ich erledigen das muss ich erledigen das muss ich machen dann bist du nicht ganz bei dir dann ist dein energiefeld in einer höheren schwingung und dadurch wird deine abgrenzung einfach dünner du ruhst nicht in dir du bist nicht in deiner mitte würde man sagen so vom energetischen und da kann man aber gegensteuern wenn man also sich bewusst einmal vornimmt ich verlasse mein haus nicht wenn ich nicht in meiner mitte bin dann kann ich das schon mal kann ich da schon mal ansetzen das heißt ich verlasse mein haus immer in meiner mitte ich bin immer bei mir ich bin immer klar ich bin immer in meiner mitte und wir werden heute eine übung machen dann das nächste mal eine zweite übung auch noch die dir einfach da hilft bei dir zu bleiben und auch in diesen menschenmengen ganz klar zu dir zu stehen und die erste übung die ich dir heute mal vorschlagen möchte ist eine ganz einfache übung bevor du außer haus gehst also am besten wäre natürlich verlasse dein haus immer rechtzeitig und nie in eile ich meine das ist jetzt mal leichter gesagt als getan aber der erste tipp wir wirklich schau dir dein zeitmanagement an und plane dir genug zeit für deine sachen ein dass du erst gar nicht in den zeitdruck in den zeitstress reinkommen kannst das wäre natürlich gut und bevor du die haus das haus verlässt macht ihr mal bewusst wo gehst du hin wenn du jetzt zur arbeit gehst oder in die stadt zum shoppen gehst oder auf ein konzert gehst zu einer veranstaltung eine messe wo viele leute sind dann macht ihr mal bewusst wo gehe ich heute hin und da kannst du ganz bewusst so deine augen einfach mal schließen und nimm einfach mal ein paar tiefe atemzüge einatmen dann wieder ausatmen noch mal so einatmen und wieder ausatmen und lass dich von deinen atem wirklich ganz bewusst in dein zentrum tragen das heißt du schaust auch ganz bewusst dass wenn dein atem nicht einfließt dass du den bis in deinen bauchraum runterfließen lässt bis in deine füße und du schaust dass du dich entspannst und dass du ganz bewusst auch mal schaust dass du bei dir bist in deinem zentrum in deinem mittelpunkt kannst wenn du möchtest dann noch mal auch einen kreis visualisieren wo wirklich das zentrum des kreises ist ein mittelpunkt und auf diesen zent auf dieses zentrum diesen mittelpunkt konzentrierst du dich sehr gut und dann nimm mal die welt war wenn du in deiner mitte bist das heißt dass ganz viel raum um dich ganz viel platz um dich und ganz viel abgrenzung also du bist du wirklich wie in einem schutzkreis in der mitte eines schutzkreises und du definierst jetzt einfach mal dass diesen kreis das ist ein kreis aus strahlendem licht in dessen mittelpunkt in dessen zentrum du sitzt und in diesen kreis kommt nichts rein von außen kein anderer mensch und du gibst dir selber das versprechen dass du das zentrum des kreises nicht verlässt dass du ganz in deiner mitte bleibst und dass du diese mitte auch während deines ganzen tages hältst so dass du immer ganz klar und bewusst bist behütet und beschützt und nichts und niemand kommt dir zu nahe du bist in deiner mitte mit jedem schritt bekommst du mehr lebensenergie das heißt du verausgabst dich nicht und du hast alle zeit und allen raum zur verfügung die du benötigst dass du aus deinem heutigen tag einen fantastischen tag machst egal mit wie vielen anderen menschen tun auch in berührung kommst nichts bringt dich aus deiner mitte und du spürst wie du dich im zentrum dieses kreises immer mehr stabilisiert und dieser lichtkreis hat jetzt noch eine tolle eigenschaft und zwar kann der auch farben annehmen alle farben die du benötigst für heute also wenn du sagst okay ich gehe heute mal in ein einkaufszentrum welche farben brauche ich da in meinem schutzring und dann machst du das ganz bewusst vielleicht rot vielleicht blau alle farben die dir einfallen lässt du in diesem schutzring fließen wenn du dir schwer tust diese farben zu visualisieren erlaube einfach dem ring dass er diese farben annimmt deinem schutzkreis diese farben annimmt die du brauchst dass du den ganzen tag in deiner mitte bleibst und du wirst auch jetzt schon merken während dieser übung dass du ruhiger wirst dass du klarer bist und dass dir wirklich nichts zu nahe kommen kann und du weißt in diesem augenblick du weißt genau wo du hin musst du musst dir keine sorgen um eventuelle parkplätze machen oder dass du etwas nicht gebacken kriegst weil du genau weißt du schaffst alles in deiner zeit es ist alles erledigt es war auch noch nie so dass du keinen parkplatz gefunden hast und dann wieder irgendwie wegfahren musstest du daheim fahren musstest sondern du findest immer parkplätze es passt alles alles fügt sich gut für dich und du freust dich in dir auf einen wunderbaren tag egal ob du da jetzt shoppen gehst ob du wandern gehst ob du in die arbeit gehst du weißt du weißt es ist ein ganz toller tag ein tolles erlebnis jetzt und egal wie viele leute zu deiner linken oder zu deiner rechten nicht in ihrer mitte sind du bleibst in deiner klarheit in deiner mitte und du hast dich entschieden dass du heute den bisher besten tag deines lebens erleben wirst mit den wundervollsten erlebnissen und der tag wird nur noch übertrumpft von deinem nächsten tag und dem übernächsten und so weiter atme dieses bewusstsein tief ein und wieder aus und spüre dass du diesen schutzring jetzt gut manifestiert hast dass du dieses bild jetzt immer mit dir mitnimmst und du kannst diese übung so oft wiederholen wie du möchtest und du wirst merken dass es dir immer leichter und leichter fällt bei dir zu bleiben und dass du immer weniger nach außen gehst und deshalb dann irritiert bist wenn du unterwegs bist ich wünsche dir alles gute jetzt beim üben und beim anwenden deines schutzkreises und du kannst diese übung wirklich jeden tag machen du bist im zentrum des kreises und dieser kreis hat all die farben die du benötigst dass du den ganzen tag in deiner mitte bleibst und du wirst dann auch merken dass du ganz bewusst ganz klar bei dir bleibst atme noch mal tief ein und wieder aus ich wünsche dir viel freude in deiner mitte und ich wünsche mir auch dass ganz viele menschen diese übung machen weil dann einfach alles viel viel ruhiger wäre und viel viel beruhigter wäre ich wünsche mir auch bei mir ganz gut nach Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018